Willkommen zurück zur neuen Folge Counter-Strike Global Offensive mit dabei alle außer Peter, dafür mit Dalu Hallo! Am besten haben wir ersetzt gegen den anderen Besten Guten Abend Wir werden weggehängt Alles klar Direkt ne Headshot abbekommen Von Marie Le Pen Der mich hart abgeschossen Der hört die Tür auch nicht Geh mal raus Hat er einmal geschossen? Die schießen Die wissen ja wo ihr seid Die können auch meine Waffe nicht da durchsehen oder? Die haben die Schritte gehört als wir hier reingerannt sind Ich bin reingesneakt Das hörst du doch bevor du hier Jawohl Braben Ich hab auch einen Headshot gegeben Sag doch bescheid, dass du raus gehst Hinterm Gabelstapler Ah fuck ey 26 nur Gabelstapler war einer Oh zwei aufs Spot Die stehen zu zweit um die Ecke Blado holt sie beide Eng Oh nice Den anderen hast du mitgekillt Das hab ich gar nicht bemerkt Crazy Oh Oh Noch neun Schuss Reicht für ihn Geil Ich hab in den letzten Folgen gelesen Häufiger ohne Dalu wären wir nix Ach doch Nachja Katsch Ja Schööööööön Guck mal direkt die Leute getriggert Ja schön Ich kann zustimmen, dass wir mit Dalu schlechter werden ja. Kennen die Gegner dann aber auch, das nimmt sich alles nicht. Du musst das so formulieren, dass du sagst, mit P da wären wir schlecht. Oh, Mitte geflasht. War schon eine gar nicht so schlechte Runde, Dalu, möcht' ich mal sagen. Dankeschön. War ganz okay. Können wir auf B einfach drauf? Einen hab' ich. Ja. Oh, oben ist einer. Ja, der kriegt jetzt nachher eh. Guck mal, ähm. Vent einfach schon mal auf B. Machen wir. Einer Mitte. Zwei Mitte. Ach, scheiße. Der hat mich bemerkt. Ich guck hier. Wir kommen über Vent wahrscheinlich. Gubbel, 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 gubbel. Achso, das ist ein Brand. Das ist gut. Gubbel, 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 gubbel. Kommt. Wieso hat denn der einen Assist gekriegt? Alter, in der zweiten Runde schon einen rauskicken? Ja, 0-2 geht gar nicht. Schmeiß' ihn raus. Alter. Was soll das, ey? Giet. Was soll das denn? Alter, jawohl. Was ist denn, ey? Jawohl. Ich weiß nicht, ich wollte doch nicht drauf gehen. Er hat zumindest noch den Kill gekriegt. 4 Liter. Ja, ey. Ja. Ja. Ja, der Fasig, den muss er auch rausschmeißen, ey. 0-2 jetzt. Erstmal alle rausschmeißen, die Pile auch Kille haben. Das ist ja so gut, dass du mich noch nicht rauskicken musst, ey. Dead Trigger-Drecker wieder. Ja, welch schon Deadshot. Du hast ja auch noch nicht 0-2, Jay, ja. 0-1 kann passieren. Ja, 0-1 ist noch okay. Oh. Oh, was war das denn für eine Smoke? Ja, ich bin mit neben einem gelaufen, Schulter und Schulter. Achso. Warte, hier steht bestimmt einer am Gabelstabler. Geh' mal rein, ne? Ach, da ist die Taste. Ja. Gabelstabler, glaube ich. Oh, find's in uns! Hab' ich, hab' ich, hab' ich. K noch einer. Erstmal Punkte sammeln hier, wird nichts killen. Alter, wie hat... Die hat mir direkt gedrückt, der Arsch. Wo ist der gewesen? Der hat ne Piff-Piff. Am Auto. Oh, die Flash war ganz gut. Highway hoch. Hab' ich. Nein. Highway fast oben. Ah, Kill! Alter, irgendwie... Achso. Sorry, ich stand neben dir. Ich dachte, du gehst ihn jetzt holen, Dado. Einer oder zwei? Einer. Wer ist der Letzte? Im Auto, oder was? Der behält die Scout. Der behält die Scout. Ne. Boah. Das ist schon krassen, krassen Loot, den sie da geholt haben, ey. Bob. Seperate hinterher. What's up? Spawn ist er nicht. Auf B ist der gegangen. Auf B, er lädt nach. Wend. Checkers. Hackers. Ne. Checkers. Boah, das war doch schon ganz gut. Den Waffenvorteil haben wir gut genutzt. Guck mal, Bram mit zwölf Punkten hier. Vier, drei, ey. Kein Wunder, dass du mir die... Du weißt... Das Karma-Kosu geht halt gleich auf den 15-3 hoch, ey. Ich wollte nämlich auch gerade... Im Warp-Up hab ich gesagt, dass wir das Match wahrscheinlich verlieren. Wir haben jetzt Waffen gemacht. Jetzt haben die Waffen. Das ist doch witzig. Das ist doch witzig. Das ist doch witzig. Ich hab damit nicht... Mit das frei. Mit das frei. Einer ist auf A drauf, Lila. Ja. Christian hat mich gekriegt. Jetzt wo Jay uns unter Druck sitzt. Also... Ich hab Dalu, der macht das schon. Da ist keiner mit der... Alles gut, Dalu. Die haben die Bombe hier gesehen. Hier ist auch irgendwo einer. Ja, da rechts um die Ecke steht einer, Dalu. Ja. Irgendwo ist hier einer. Ich weiß nicht, wohin der sich verzogen hat. Ich hab den schon länger nicht mehr gesehen. Kliek, Kliek. Ja, ist immer noch da. Oh nein. Alter Blau, ey. Rennt mir einfach vor die Flint. Oh, fuck. Leute, ich hab mega lag. Was war das denn? Es kann immer noch einer im Spot sein. Hinter dir. Oben. Oben Spot war da einer. Ja, warte. Dafür hab ich den oben weggemacht. Der sah nur lustig aus. Der ist aber tot. Der ist aber tot, oder? Einer war bei... Links. Mach's. Einer war doch bei A. Der Wind ist doch grad aufgegangen. Einer ist auf dem Wind. Ich will grad sagen, Dennis. Die war oben. Ja, Entschuldigung. Aber im Wind ist einer. Einer ist upper jetzt. Da hast du gesehen, Sepp. Da rechts, rechts. Warte doch auf... Achso. Was war das denn? Ich hab ihn nicht mal getroffen. Wie schlecht. Eier. Ah, mein Killer geht ab, ey. Deswegen hab ich auch die Ansage gemacht. Na, ohne Witz. Oh, was war das denn? Und der eine, Bram, wo du gesagt hast, der ist immer noch in der Ecke. Das hätte ich echt nicht gedacht, dass er da einfach eiskalt sitzen bleibt. Da hab ich hier mit der Flash getroffen. Ja, ich weiß. Hab's gesehen. Ich hab dir zugefunden. Eko. Da hab ich echt nicht damit gerechnet. Ich kann legen. Eko. Ich kann alle legen. Eko, Leute. Hier. Danke. Danke. Eine Eko anscheinend. Und eine in AK. Ich hab jetzt extra einen Eko-Spray auf dem Boden gemacht. Das hat 50 Cent gekostet. In-game 50 Cent. Krasser Typ, ey. Wird jetzt noch auf dem Nachkommen stehen. Oh, das stimmt. Da kann man ja auch. Vergesst du mal, dass man ja mitschmecken kann? Silver ist Mitte. Der ist auch grad pumpt. Ne? Also der steht. Der hat Bock. Der hat Bock. Der hat Bock. Warte mal, ich werd hier mal die Tür aufmachen. Alter! Ich hab die HE... Alter, die HE ist durch mein Zielbesier geflogen. So fertig. Hab ich die... Anna ist A... As Bot. Anna sitzt hinten am Auto wieder. Hab ich. Oh shit. Auto saß der, ne? Ja. Silver, alter. Als ob. Highway. War das eine Autoslaufer worden? Ne. Alter, ohne Scheiß. Der hat mir... Highway ist noch einer. Kacke! Der LPF hat mir im Umdrehen einen Headshot gegeben. Hat nicht gereicht. Immer noch ein, zwei Meter. Oder drei. Ja, Jay hat eine andere Taktik. Ja. Jay, ich glaub du musst noch die Bombe holen. Neu ich nicht. Achso. Der legt die jetzt einfach so. Ich will ganz schnell im Feuer. Das wär geil. So ein Seil. Er knieht sich einfach hin. Düp, 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 düp. Das andere ist nur eine Attrappe. Jay hat die echte. Das wäre voll ärgerlich, wenn Jay jetzt aus Versehen schießt. Voll komisch, wo sinds da denn alle? Wahrscheinlich auf A, Jay. Ne. Er wird gleich von hinten erschossen und wird er sich fürchterlich erschrecken. Vor allem mit sechs Leben brauchst du ihn ja nur anhusten, ey. Machst du noch einen? Ja, warte mal. Es hilft dir lieber die Waffe oder so. Darum ist einer. AAAAAAAH! Jetzt hab ich die Scheiß. Aber jetzt wirst du doch von da gekriegt. Jetzt suchen sie dich. 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 Nicht gucken! Hahahaha. So verrückt er sich nochmal. Oha. Wie er easy überlebt hat, ey. Ähm. Ja, Echo, ne? Ich glaub wir haben ne Echo. Joa, mach ich halt alleine ja richtig geile M4-Ecks. Akkuschraube! Was ist denn ein Akkuschrauber? Worin rennen wir denn? Na B oder A? B wenn. Die weiße. Hier, meiner. Aber ist halt auch schwer. B ist halt, wie kann die Runde halt instant vorbei sein? Wer hat überhaupt Cash ausgesucht, ey? Da ist halt die Wiener. Wer hat Cash ausgesucht, ey? Da ist einer. Komm, der Catchhot. Ja, die zweite Flash war richtig scheiße. Oh, Wend ist auch einer. Der ist tot. Aufm Spot, linke Ecke. Scheiße, 25 nur. Boah. Oh, das haben wir jetzt. Richtig gut. Na, seitdem die Waffen haben, haben wir keine Runde mehr gewonnen. Ja. Ja. Aber der ist ja. Jaaaa. Aber Jay lässt sich nicht unterkriegen. Äh. Ne, ne. Können wir kaufen? Ja. Nein. Selb hat 7, 8. Na ja. Möchtest du legen, Jay? Was willst du? AK? Irgendwas, ne? Leg mal nicht. Gib mich. Gib mich das Geld. I have the money. I have the money. Soll ich nochmal boosten? Wir müssen jetzt einfach mal richtig mal auf A rauf. Nee, aber mich nicht. Die haben ne Aave. Richtig. Die haben ne Aave. Wenn wir keine Aave haben, lohnt sich das nicht. Man muss verstehen, wie man gegen den Wallhacker gewinnt. Das ist der Trick grad. Der in dem halt einfach raus ist. Einer ist auf A drauf. Der müsste rechts von euch kommen. Da kam ne HE vom Spot. Okay. Highway. Upper auch. Und Highway lower und Upper. Drei Stück auf A. Wir können immer noch weg gehen. Oben links ist deiner. Habe ich. Drei Stück immer noch auf A. Ich geh weg. Ich geh weg. Boah, ich hab mich getroffen. Das verschieben auf B. Du kommst schon in der Mitte. In dem Moment, da bist du. Da war ne Tür. Einer lehnt nach auf A. Einer ist immer noch hier. Jetzt verschieben die ersten. Die gehen euch hinterher. Ja, dann haben die uns schon gehört. Dann ist schon einer hier irgendwo. B. Zwei. Was auf der drei viel einer sitzt. Alter. Jetzt verschieben sie erst alle. Wir haben nen kleinen Vorteil. Für einen, bitte Gucken wir mal Wieso steht ein Shift schließen? Drück doch Über CT Base Den hab ich CT hab ich, aber kann immer noch oben sein, Upper Ah, der ist durch? Das war richtig gut Wo kam der denn? Ach, der hat sich durch den Smokers sneakt an euch vorbei Aber wo kam der denn her? Der auch bei mir auf der Tür, aber ich dachte, der ist umgefallen Das war ne gute Runde Ich war ein bisschen verwirrt, ist das jetzt unserer? Der hat aber blaue Sachen an, hat einer sich verkleidet? Der Silverkiller, der hat nur Counter-Strike in seiner Weil das ein Smurf ist Oder ein Hack-Account, also das ist auf jeden Fall nicht sein Haupt-Account Ja, ach so, ich dachte, der spielt nur Counter-Strike Das gibt es So was gibt es, aber Ja, ich wollte gerade sagen, da gibt es auch Leute von Oh, der wird uns angesagt Oh, den werden wir jetzt mal weg Jawohl, das war ein wichtiger Kill, das war der beste von denen Oben ist noch einer Oben Smok Ja, ich bin dazwischen gelaufen Oh nein, da kamen sie gerade alle an den Rand Scheiße Wir rotzen die uns weg Na ja, kein Leben mehr Das ist ja ne Massad Rechts noch einer Ah, schau Ja, rechts noch einer, ums Boot noch einer Ja, ne, ne, ich wollte dir die Reihenfolge ansagen, wo es Sinn gemacht hätte, sie zu erschießen Also, weil der eine, der rechte kam auf dich zu Die anderen waren ja weggelaufen Uiuiui Uiuiui Na ja, gut Das sieht doch Win aus Und Bram hatte mal zwölf Punkte Nach der dritten Runde Ja, jetzt hab ich 13 Langsam Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen Müh, fett abkacken Ja, da steht doch 4-4, ist alles nice A oder B Alles nice Ja, vielleicht so eins und wieder gucken, was auf A los ist Und dann wieder versteht, das hätte er super geklappt eigentlich Das war ne, das war ne ganz klare T-Map Können mich einer pushen? Ne, also ich spiel lieber CT auf der Map Ok, dann nicht Ah, ok Achso, ne, dann Aber das, meine Aussage muss ja nicht im Standard sprechen Ja, ja, da war ich schon noch nicht Ne, ich lass mich nicht boosten, denn in der Mitte steht der Oberbobo Das stimmt, da Spiel mal das und das Spiel, das ist mega geil Ist es ja auch, wenn du es Du musst aber auch spielen, wenn die Server online sind, ne Alter, wie viele Flashes kommt denn da noch? Uh, jetzt steht da einer in der Mitte mit den Arme Und er schmeißt gerade Und er schmeißt gerade 94 Die kommen Mitte gepusht, glaube ich Geiles Smoke Ist auch so, damit der Highway mich nicht sieht Noch einer auf dem Spot Hinter dem roten Container Hinter dem roten Container Hinter dem roten Container auf dem Spot Habe ich, habe ich hinter dem roten Container Habe ich hinter dem roten Container Lassen wir jetzt echt nicht glauben, dass die Smoke Absicht war? Doch Das ist nicht mal die Absicht Aber ich habe halt genau auf den drauf gezielt Ja, travel nicht so, meinst du das? Ja, travel nicht Geld Ja, travel nicht Geld Nix Geld Nix Geld Kann man eine AK droppen? Ok, ihr habt ne Aave Ja, ich gebe dir Dalo ja Viel mehr Geld damit gemacht, dem ich die Aave geholt habe Braucht kein Geld Was denn? Die 200 Tacken, die ich bekommen habe Ist doch viel weniger Wer den Rubel nicht erbt Wer den Rubel nicht erbt Dann ist das Goldes nicht wert Die Differenz zur AWP hat doch mehr gebracht Ja, richtig Die Smoken Mitte komplett weg Was seid ihr denn für Counter-Strike-Platz? Ihr haben Echo Die kommen an Ja, also Oh Das war interessant Da ist schon einer Ich helf dir Mitte durch Nein Von neun Nee, der UMP kommt Der kommt Hilf ihm doch Links ist er sein Schön Alter, der Bayer Oh, noch einer Was? Ich dachte, der wäre schon lange tot Jawoll Brahm Noch einer Wend Ja 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 Ich finde das irgendwie unsexy, wenn der mir die Aave wegnehmen würde Ich glaube rechts war wer Ich habe beide eine Aave Oh Gott Was soll Komm, Brahm Links war der Oh nein, der ist Mitte Alles klar Aufwand bei B Lass mal planten Komm, einmal noch gucken Komm, einmal gehen Männer, muss aber deren Spawn kommt, Jungs Genau, Brahm, hol ihn dir Der ist rechts drin Ach komm, ernsthaft Der ist im Wind Ist schon durch Auf Spot einer Auf Spot einer Ist der letzte Boah Da hat der fast richtig Das war keine Sekunde mehr Alter Ja, alles easy Jawoll, Alter Na, Jay hat heute nur easy So, schön mal auf Pro 90 Niveau spielen Das läuft Ja, muss er halt auch mal, ne Muss er halt auch einfach mal machen, Brahm Einfach mal ziehen Einfach mal machen Make it work Wir sollten so viele Runden holen wie möglich Ja, ja Denn am Ende wird der dreist machen Wird der was? Der wird am Ende, am Ende machen Dreist manche Ja, am Anfang Leute, Leute versuchen eher natürlich Ihn Wallhack oder so zu verheimlichen Damit sie halt nicht gebannt werden Aber manche werden halt davon getriggert Gerade von Wenn irgendeiner easy und sowas immer schreibt Dann scheißt der irgendwann dann drauf Und drückt einfach alles kalt, ey Das ist auf jeden Fall ein OV Der schmeißt dir die ganze Zeit Ihr habt ihr eh schon Ihr habt ihr eh schon Alle gebrauchtet Die Smoke war richtig gut Äh, die erste war Sorry Die erste war nicht von mir Aufs Spot Aufs Spot Links in der Ecke Aufs Spot links in der Ecke Autsch Oh, hinter Im Vent Ja Fuck Oh, Vent ist wohl nicht gut Hat Dalu Die haben sich geteamkillt Weil der eine deine Waffe aufgehoben hatte So, gib mir die Waffe Nö Teamkill Da ist einer bei der Bombe Bei Blau Rech- äh Orange Rechtsrechts Oh, Dalu Abram hat es geregelt Oh no, da oben Apa ist der letzte dann, ne? Drei gegen ein Was wollen sie den anderen rauswerfen Was ist da los? Das, was der den Teamkill gemacht hat Das, was der den Teamkill gemacht hat Weltymau, Orange Ja, er ist immer noch oben Geert, ist er weg Jawoll, Alter, rasiert Ja, Pro 90, Alter Was ist da lesione Ja Wir sind da durch den Kürzeren Schon wenn Dalu sich richtig aufregt Wo dann wieder die quiekende Stimme kommt, der hört doch an! Der heißt das Silberkiller mit Doppel-L, weil Silberkiller schon vergehen soll. Da freu ich mich schon richtig drauf, gleich auf Dalu, ey. Ich nehm das ja schon hingenommen, ich hab da schon hingenommen. Für mich ist das Match schon verloren. Einer ist Auto und einer ist, fuck, Gabelstapler. Oh Gott. Hä? Wo? Gabelstapler. Gabelstapler, hab ich. Hammerflash? Gute Flash, bin full flashed. Er ist Highway. Ist rausgegangen Brom, schade. Die Flash war richtig geil. Da ist doch einer beim roten Container, glaube ich, oder? Ich hab Red gekillt. Einer müsste Spot sein und einer hinten. Alles klar, er ist ja cool. Okay, hat er sich geteilt? Wo ist der Blob? Ich plant einfach mal wieder, oder? Er kommt von Auto. Zumindest hat er da eine hingeworfenen Dingens. Oder er läuft jetzt über Highway. Wo kommt er? Ihr habt Highway im Blick, ne? Ja. Ja, Bram ist dabei. Sieht gut aus, Jungs. Ach, den mach ich jetzt hier. Pass auf, ich hab so viel Geld. In der Tasch. In der Tasch. In der Tasch. Ich hab so viel Geld in der Tasch. Komm, Jey, das Schlechteste, der drei Zehn, den machst du. Easy. Ich find ihn nicht. Der ist für B, wo? Der bänt oder sowas. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Alter, ich hab ihn jetzt hier versteckt. Hat dich hart versteckt, ey. Dann wollen wir doch. Bei uns am Spawn. Aber egal. Für eine P90 hab ich genug Geld. Auszeit für Antiterroreinheit. Easy peasy lemon. Da fehlt noch ein Wort. Ja, ich weiß. Schreib gerade noch. Du musst schreiben. Du musst schreiben. Is... Is... Le... Ja. Puh. Ich darfst noch Changes sehen. Mega deep der Spruch. Einfach nur. Aber... Da könnt ihr jetzt halt 30 Sekunden drüber nachdenken. Boah, dann gönne ich mir jetzt erstmal, weil ich halt die Aufnahme hab, einen geilen Schokoriegel. Und was für einen denn? Komm. Was für einen, Brom? Hä? Wird keine Ahnung gemacht. Okay, dann beschreibe ihn. Schokolade mit Milchfüllung. Boah, das könnte jetzt aber vieles sein. Sind das so Fubbel? Sind das so Fubbel? Da sind so Fubbel drauf, ja. So fünf Stück oder so? Ja. Okay. Und da drauf sind so... Ey, auf dem Fubbel sind so kleine, so kleine Dinger. Das sind auch ein Milky Way. Milky Way geht immer noch. So kleine eingravierte Sachen. Ja. Krass. Das kann auch immer noch ein ganz normaler Kiddie-Riegel sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Kinderriegel ist, ist sehr hoch. Hätte auch ein Happy Hippo sein können. Ne, der hat nur drei Hubbeln. Boah, wie gut ich die Smoke geschmissen hab, Brüder. Happy Hippo hat nur drei Hubbeln. Jungs. Vielleicht sind zwei aneinander geschmolzen. Und von einem hat der schon einen Hubbel abgebissen. Das kann alles sein. Ey! Von hinten ist's! Scheiße. Alter, was war denn da los? Wo können wir denn... Noch raus, noch raus, Mitte, noch einer. Komm, Bram, runter! Hier rein! Zwei Stück Mitte. Ja, ich hab richtig hart gesprayt, Alter. Sepp auch. Sepp auch. Die gewinnen die. Mann, was war das denn für eine Scheißrunde? Da kamen die von hinten und haben's alle gemacht, oder was? Oh. Da holen sie die Echo. Hey, noch nicht. Da kommt er! Da kommt er! Nice! Geh auf A. Jay macht Waffenspiel. Guck mal, Bram, ein Bester auf dem Server, ey. Ja, dachte ich mir auch gerade. Da wird's nicht sagen. So gewartet, bis jemand anderes dich lobt. Ne, ne, ich hätte das jetzt einfach, äh, stillschweigend hingenommen. Und dann, erst, erst wär ich abgegangen am Ende, wenn ich tatsächlich eine Aufnahme mit dem Kampusverkriege. Rechts, klar. Wahrscheinlich gerade vor deiner Webcam so voll abgekackt. So, yeah, 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 guck mal hier. Nö. Er weiß, dass du dahinter stehst. Weil die Bombe kacke liegt. Boah. Rechtsrum, langsam. Ficker! Das schafft er nicht mehr. Ne. Du hättest, wenn du rechts rumgegangen wärst, hättest du dich dahinter verstecken können. Ja, ich wusste ja nicht, ich hab, ich kenn die Geräusche nicht so ganz genau zuordnen. Hast du ja gut gemacht. Ich kenn die Geräusche von Laufenden. Bombe durch, alles gut. Ich kenn die Geräusche. Nein, ich kann die nicht genau zuordnen. Pushpun. Ich seh erstmal wieder viel Neuen zu sein. Ich musste ja, ich musste ja erstmal Bram ausmachen, ey. Er hat irgendwie zu viel gelabert gerade. Juhu Juhu Juhu. Aber Dado sagt er ja wovon. Das hätt ich's dir nie gehört. Dado sagt er ja wovon. Dado sagt er ja wovon wo die Leute kommen. Deswegen ist der Take-Alo bei der Laufenden. Ne, ich weiß. Der sieht das ja aus. Durch meine Augen. Oh, Mitte wieder gesmoked. Ja, sicher. Bei dem leuchtet dann die grüne Hitbox aus. Ja, genau. Puschen bestimmt B gleich wieder durch. Ne, ne. War das deine Granate oder? Ne, ne. Ich guck nur ob eine reinkommt. Aber ich kann auch. Ich hab nichts gespüssen, sonst steht er da unten. Okay. Oh, J, rechts aufm. Oh, fuck. Die konntest du nicht sehen. Whitebox. Whitebox ist nicht leicht. Ja. J, rechts aufm. Der hat mich nicht mal gesehen. Der J stand rechts in der Ecke. Da konnte er ihn nicht sehen, leider. Wie ging's? Was ist da links? Oh. Von wo wurdest du jetzt gekillt? Whitebox. Ja. Also ich wäre ja für B, wa? Ja. Ich bin da, Christian. Alter, der Fwack da. Alle weg. Der war heftig. Hat er gut gemacht. So far. Ja. Der Halo riegelt ab hier. Boah, er kommt natürlich. Rechts, rechts, rechts. Er lädt auch nach. Ja, ist klar. Der hat 100 Pro und Klopf für ich treffe und ich treffe nicht. Ne, ne, ne. Der nicht. Der hat nix. Das war jetzt auch alles legit zum Ende hin. Da war nix. Und der Mitter hat er richtig gut alle weggemacht. Das war stark. Er hat sogar diesen einen fatalen Fehler gemacht. Der ist ja Reloading mäßig auf den Spot gehüpft. Ich hab auch nur ein Messer. Hörst du mir ne Granate zuwerfen? Den Jack anlegen. Letzte Runde, Leute. Komm, ich fang den, ich fang den ohne den Clip zu. Also Jay, schmeiß mal weiter AKs, während alle wegretten. Wir sind schon weg. Ich will hier ja keine Waffe. Ja, ich will die auch noch haben. Sepp, ich hoffe du hast keine Echo. Ne, ne. Bestimmt nicht. Ne, bis jetzt glaube ich nicht. Obwohl die eine Kugel komisch ist. Wie frech. Hä? Haben wir den vollen Headshot gedrückt? War das da, du? Nein. Zwei Leute haben dich angeschossen. Ja. Gabelstapler einer. Ich hab den da nicht gesehen. Der muss irgendwie, als ich aus... Hä? Gabelstapler tot. Einer ist Asspot. Dankeschön. Die war super. Da dachte das war ne Flash. Da sehe ich nix mehr. Der ist B. Der kommt gerade von B. Ja, schön Jungs. Auch wenn ich noch Kevlar hätte kaufen können. Wippen. Wippen. Was ist das? Eigentlich erkennst du ne Flash und den Smoke direkt am ersten Sound, wenn es aufkommt. Ja, deswegen. Ja, easy erkenn ich auch. War richtig gute Runde hier, ey. So, jetzt aber Jungs. Na, wo darf ich mich rasieren lassen? Ich geh auf B. Ich geh A. A? Bei mir... Noll! Alle klar! Ne, die sind nicht alle. Also bei A kommen auch welche, wa? Wieso hab ich denn... Ey, die sind hier bei A! Ey, ich hab da nur Mitte gegriffen. Einer ist da. Bombe liegt A, Bombe liegt A. Einer Spot. Einer A Spot noch. Das ist der letzte. Ne, Bram, du machst das. Ach, schade. Das ist der letzte. Alter, wie der mich ras... Wie der mich gekehrt hat. Das war krass. Ja, J hat einfach weggerotzt. Kriegen wir. Wir sehen... Das ist mit seinen Winkel. J holt Schaddi. Klar. Okay. Wir beide sind B, ne? Klar. Okay. Ich kämpfe mich jetzt irgendwo hinter so ne... hinter so ne Kiste und dann warte ich bis die kommen. Irgendwie die Schrode in die Fräse. Versuch mal oben zu decken. Einer Mitte hat einen richtigen Nader bekommen. Der ist low. Unten einer. Aua. Ja, schön. Auf elf runter. Bram, kannst du mich hier hochboosten? Ja, sicher. Hahahaha. Bommelicht A. Hahahaha. Okay, Bommelicht A. Bommelicht B, Leute. Äh, B meine ich. Easy. Oh, Aua. Ach, einer steht zwei unten noch. Einer steht zwei. Zwei Stück noch da. Oh, kann der links. Oh, Mann. Er hat 10 HP. Oh nein, hinter dir... Oh, schade. Boah, bin ich schon den einen. Bin ich schon den einen. Dem Silverkiller, dem hab ich noch eine mitgegeben, weißt du. Einen schönen Header reingedrückt. So, jetzt. Ne? Pinnock, ne. Nein. Ne, ne, ne. Ich glaub, so viel davon haben wir noch nicht genug. Drei Ekkos. Ne, wenn man gar nichts kaufen braucht... Ja, aber Jay hatte doch... Du hast doch gesehen, dass Jay in der zweiten Runde ne Schotti hatte. Ja, und ich hab mehr Geld als ihr habt. Ja, ich hab natürlich dann auch gekauft, wenn du reingekauft hast. Ja, ich hab aber auch mit Zepp zwei Leute gekillt. Ja. So schlecht war das nicht. Immerhin. Mitte noch einer. Der hat mich. Der pusht weiter. Ist jetzt schon White Box. Oh, shit. Oh, ja. Flash Jay. Ich hör den auf. Ich werd echt nicht gut schießen. Der ist nicht durch. Ich kann mir auch vorstellen, das hat ne Poison Gun ist. Alter. Der schießt auf meinen Spot hier vor. Hab ihn. Schön, Jay. Ich bin gepusht. Kann sein, dass von hinten gleich einer kommt. Aber soll er natürlich auf Abblenden? What the fuck? Wie der ist jetzt, wenn ich getroffen hast? Ich werd doch sagen, dass von hinten einer kommt. Jay berührt den Terror und sagt, ja, hi. Entschuldigung. Entschuldigung. Abgeschlagen. Kommt den Seppi jetzt hin. Entschuldigen Sie bitte. Ich wollte es nicht anrempeln. Voll geil. Das hat mich jetzt hart verwirrt alles. Hat man gar nicht gemerkt, Jay. Gar nicht. Jay, ich geh unten links. Einer war hinten, Jay. Also hier ist mindestens einer. Einer ist in der Mitte im Haus drin. 2B. Loll, der wusste, dass ich da rauskomme. Wie hat der das denn mitbekommen? Hier ist ein Sniper. Der war... Wendraum war der, Jay. Scheiße. Oh, wir kriegen da nichts geschissen auf... Auf geht's. Sollen wir mal tauschen? Einfach nur um die Dynamik zu ändern. Ja. Ja. Ich weiß, das heißt nicht, dass ich da besser kann. Aber weißt du, manchmal ändert ja... Einer ist auf Terrorseiten. Toxic. Das ist nimmer. Links. Unter dir und Wend. Schade. Ich hätt lieber den mit der Abo gemacht. Scheiße. Schade. Eko. Kakao. Aber jetzt eine Kaufrunde nur? Ja. Und danach, aber immer, weil wir fünfmal in Runde fahren. verloren haben. Okay, weil wir danach immer haben, kann ich jetzt kaufen. Auf Null runter. Also du wirst keine Viertausend kriegen. Bram, du bist okay. Du hast ja nicht zugehört. Du bist jetzt alleine, Asien. Wieso bin ich alleine? Ach so, weil wir pushen... Immer wieder tauschen wollten. Wir alle? Ja, warum hast du nur vorgeschlagen? Ja, Bram hatte gesagt, Bram und Sepp tauschen. Nein, einer war Mitte, Aave. Aave ist Mitte. Vielleicht kriegt er die gepickt. Was hat er denn? Wieso haben wir die entschieden? Swag Sam, boy. Nice. Ah, schade. Dalu ist da rumgerannt, deshalb. Einer ist... Ah, Main. Alter. Bram macht jetzt drei Leute eben. Ich weiß, dass du da bist. Der beste Boy, dass du da bist. Bist du? Am Auto. Am Auto. Links am Auto bei dem. Aber da rechts müsste auch noch einer drin sein müssen. Das war aber der, der mich da gekillt hat. Mach mal. Oh Mann, das ist so unfair. Aber jetzt wollen wir ja jede Runde kaufen und da hat er mir gesagt. Ja, wir können das. Ja, kann ich auch. Easy. P9 Justum. So wie immer. Bram hat die Meta einfach durchgeblickt. Waschen die denn da auf B immer? Dann benutzt er auch Granaten. Jetzt wieder A war. Bram ist der best man hier, ey. Jetzt wieder A war. Ne, Waschen tun die nicht. Die kaufen auch... Also die werfen auch gegen mit Granaten. Zwei Leute. Die sind einfach ziemlich gut. Die sind einfach ziemlich gut. So ganz kurz da raus. Schön Jay. Schön Christian. Der hat die Tür aufgemacht. Und mach die Tür wieder zu. Mach's grad. Einer geht grad. Einer ist mitte unten bei mir. White Box. Okay, ich geh normal mitte. Der ist... Wenn einer aus dem Z vielleicht mit rein könnte. Und mir helfen würde. Wo ist denn Z? Ganz ruhig. Ja, bin tot. White Box und vor Vent. Hab ich. Und vor Vent. Ja. Schön, beide tot. Ja, grad Bram ist fast erschossen. Erschossen. Warte mal jetzt. Müsste eigentlich doch A frei gewesen sein. Warte mal. Vielleicht kam einer auf A. Letzter ist A. Jawohl. 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 Gut Team. Haben wir da nur die guten Menschen von uns über... Mir wollte ja keiner helfen. Kann mir einer helfen? Hallo. Ja, ja, Moment. Der war doch da. Ja, er ist hingesneakt. Ja, natürlich. Sonst weißt du ja auch sofort. Das war doch. Ja, dann hätt ich ihn doch erschossen. Kann mir einer droppen? Ja, dann will ich umsturmen. Ja, dann hast du... Na hier. Was meintest du mit von Z irgendwie... Z ist das hier geradeaus jetzt direkt. Das was... Also das ist der Connector. Da wo ich jetzt drin stehe. Das sieht nämlich aus wie ein Z und ich wie ein L. Also wenn du dein L so schreibst. Oh shit. Mitte oben AWP. Wofür hab ich dir denn die Ase gedrückt? Ich würd auch lieber gerne irgendwas anderes machen, weil Mitte undankbar ist. Oh! Wo kam der? Leute, willst du nicht verraten? Woher weißt du denn, wo wir stehen? Weil Jane nicht rumguckt. Von wo hat der denn geschossen, Christian? Highway. Ja, steht unten an der... Ja, da weißt du, du kommst. Oh, oh! Oh! Versuch's! Tourenfreak. Haha! Schade, der war hinter dir oder so. Alter! So, warum machst du das jetzt? Also das Aiming bei... Aiming bei... Bei Battlegrounds ist einfacher. Nice! Boah, hast ne Schild aus der Luft gepflückt. Den kleinen Bauern. Denkst du da rechts? Nice! Oh, der gibt doch! Ach, schade. Wo war der? Highway, glaub ich. Ja. Schade! Echo! Nee. Wolltest du ja auch nicht sehen. Nee. Okay, dann hast du least Jay, aber was war das mit Dalu und Bram? Ach, scheiße, wir haben drei Leute. Ich hab nur Christian gesehen, der hat. Ich hab... Ich kann für 90 kaufen. Ich hab... Ich hab... Ich hab ne PA... 5-7. Will aber auch mal besser sein und wir gewinnen die Runde. Das kriegt man die Runde, die wir verlieren. Ja. Dalu, das können wir gleich auch tauschen, ne? Wir! B! B! Wir haben grad Echo. Schwer, die zu stoppen. Ja. Ich hab ne Komponenten gemacht. Ach, P90. Äh, ne. MP5. 7. Und da einer? Scheiße. So. Klatsch mal ne Runde, Chris. Oh no! Okay. Oh, haben sie mich beide gepusht, die Penner. Haben die auch die Wallhacks an, oder? Kann die auch alle, oder? Und Dalu, möchtest du A gehen? Dann geh ich Mitte. Können wir machen. Äh, wie gesagt, Mitte kannst du eigentlich nur komplett defensiv spielen. Macht keinen Sinn. Geh mit AWO rein. Und dann ist doch gut. Ja, bei AWO ist halt das Problem, du musst zwei Sachen upaimen, die nur eine. Naja. Poltergang. Dann geh doch Whitebox. Das Nachladen ist so lustig. Klang. 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 Äh, vent einer. Einer geht vent. Jetzt nicht mehr. Nice. Oh, da steht keiner. Da ist noch einer im Vent! Ob die gehen, äh... Schön. Nice, Jungs! Wo deiner gekickt? Guck mal! Zwei Leute sind es. Gebra, ich nehm die P90 mit. Geil, aber ich komm mal von der Neue. So ein geiler Dude, sehr schön. Oh, oh, ich glaub jetzt kommt... Zwei Leute sind gegangen. Die wurden nicht gekickt. Wat? Ja, weil jetzt muss man ernst machen, da reicht nicht. Die wurden gegangen oder was? Nein, die sind gegangen. Ne, die machen jetzt an. Jetzt kommen die mit anderen Sachen zurück. Jetzt... Jetzt geht nämlich los. Guck mal, da ist da schon wieder der Erste. Ups, Entschuldigung. Hey Dardo, wieso gehst du Mitte? Ich geh wieder A hier. Also wer war das hier? Der Smokey? Ja ne, der andere ist wichtiger. Der Champignon. Smokey ist ein Lappen. Der ist auch mit Hacks kacke. Komm, die wissen jetzt wo wir sind. Wie machen wir das denn jetzt? Wir stellen uns am anderen hin. Ach komm, klickt er mich mit der scheiß AK weg. Mitte war einer. Den hab ich mir geholt. Schön. Äh, Main ist was, Christian. Main? Ja, ich hör's zumindest. Bei mir liegt ne Awe, falls einer noch ne geile Waffe braucht. Der kommt nicht. Der wartet noch auf die Tür. Überall alles ruhig. Einer ist auf, äh, Mitte oben. Schön. Oh, da sind beide wieder. Der Jumping-Jung ist back. Und J wurde in der Mitte weggeschnitzelt. Also, B ist einer gewesen. Ok, aber jetzt darf ich die wieder melden, ne? B ist freu, wa? Na klar J, du darfst melden immer. Ab jetzt, ab jetzt musst du die Stats mal gucken. Zusammen, Spot hat noch nicht geplantet. Können bis... Alter, warte. Der tippt. Wo bist'n du? Auf Spot B. Ist da, du. Er hat noch nicht durchgezogen. Er muss noch mal anplanten. Warte noch. Echte Seite. Er muss...ja, ok. Jawohl. Nice. Schön, Jungs. Ja, jetzt macht euch... Jetzt wird kassiert, sag ich euch. So. So. Oh, so bot time now heißt das ja eher, ne? Er hat so schön deutsches, englisch da benutzt. Mein Spiel ist gerade schwarz. Tür. Oh, schaff. Oh, schaff. Tür. Was ist das denn? Ja, ich... Ich guck mal... Alles klar, dann ame ich da nicht mehr in Bram, wenn du das nicht möchtest. Ist okay. Ist ja okay, dann kannst du mir auch sagen, dass ich da nicht hier ame soll. Nein, ich weiß nicht, wenn du das schwieriger machen. Du bist einfach zu pro für die. Main 2. Meister ne Flash rein. Ja! Hui. Da fängt es nämlich an, da quiekt er langsam. Ja! Hilfe! Ja, ich komm. Ach komm, der sichert nach hinten mit der Aabe ab, der blöde Weg. Oh, der eine ruckelt sich da schön durch die Gegend. Ja, hinten rechts, Bram, ja. Hey, you guys! J, Tür. You guys are assholes. Einer plantet, einer ist am Spot. Also... J. Javoi! Javoi! Da war noch einer, J. Wo war der Tür? Ach! Bram, wo hat er dich erschossen? Direkt auch auf Spot. Links ist er doch. Auch auf Spot. Zehn Schuss. Pistole! Nein. J macht das. Sneaken bringt nichts, der moved dich aus. Jawohl! Jawohl! Haha, schön! Das war sexy. Kann jemand easy für mich schreiben, bitte? Danke! Ja sicher! Dann schreibe ich doch gerne! Triggered! So, ihr habt ne Arme für euch, Boys! Wer will! Ich hätte die gerne... Ich bin mit der... Wer hab ich die jetzt hingeworfen? Da! Schöne Pro-90! Das ist sogar noch angemacht! Und jetzt verkacken sie ja richtig! Das kaufe ich Christian! Ja, noch weiß man es ja nicht! Ja, aber wofür disconnected man denn kurz vorher? Was ist das denn? Vielleicht hatten die auch den Black Screen Bug! Oder vielleicht ist das ein Heck! Mitte Smokes! Mitte pusht! Mitte pusht! Close! Geht auf A! Ja! Ist im Rauch! Ist im Smoke! Ist er drin! Jetzt... Oh, da kommt noch einer, Christian! Ja, ist... Von hinten! Ist fast oben A! Fast oben A schon, Christian! B von hinten! B von hinten! Links! Links! Hinter dir! Hinter dir! Guck mal rechts! Okay, ist weg! 20 AP! B-Spots sind die anderen! So, wir sind die letzten, oh shit! Nein! Einer ist im Z drin, rechts! Da drin ist einer rechts! Das müsste der Lowe sein! Geht nach B gerade! Ein Ziel Rakela! Warum ruckelte mein Faddenkruz so? Kannst beide mit der Pistole... Angeschossen hat er ihn aber nicht... Warum zitterte mein Faddenkruz? Ja, du hast ihm auch ins Knie irgendwie geschossen! Das war ja wohl Absicht mit dem Knie, oder? Eine Echo! Er hat ihm ja auch so... Eine Echo! Machen wir mal alle A! Achso, ich hab den davon schlecht getroffen! Achso! Äh... Äh... A gehen die selten, ne? Oder alle Mitte! Alle Mitte, wenn überhaupt! Alle Mitte, wenn überhaupt! Alle Mitte! Okay, go! Hat einer Flash? Ich hab gar nicht gekauft! Ja! Schönen weitergehen! Achtung! Nate für Backup! Jetzt rein, rein, rein! Da ist kurz ein Naval! Eher Richtung A von den Steps her! Äh... Spawn noch einer! Da ist ne Decoy! Decoy! Wir stehen da oben! Jawohl! Wir haben uns wartet! Ne, die haben uns natürlich abgehört! Aber so nicht! Ja, ja! Alter! Oh Gott, Jay! Komm, ist die Bombe A oder nicht? Ist die Bombe A? Oh! Ne! Okay, dann schnell! Komm, wir haben 4 gegen 2! Haben wir nen Kit? Nein, wir haben keinen Diffuse-Kit! Das heißt, direkt drauf! Keine Zeit verlieren! Wir müssen drauf! Geh mit Christian! Oben! Alter! Ja, komm! Ich hab ihm 98 gedrückt! Oben und Spot! Ah, hinter der mittleren Kiste! Oben hatte 2 Leber! Heicht leider nicht! Ja, hab keinen Kit! Schade! Ah, ah! Jetzt ist's von hinten! Ja, der Silverkiller, seitdem der weg war, macht er auch einen 9-1! Nein, der Silverkiller war nie weg! Der war von Anfang an schon komisch! Mal so kaufen, ne? Der hat ja direkt 12-2 gehabt! Ja, wir müssen kaufen! Unentschieden verhindern! Richtig! Kann einer in die Mitte gehen? Hat einer bessere Waffe als im Team? Ja, ich kann! Ich kann einfach in die Mitte gehen! Kein Problem! Soll ich dir ne A begeben? Nein! Nein, nein! Komm ich mit A! Zwei Stück Mitte raus! Zurück gegangen anscheinend! FD mal! Zwei! Ah! Komm schon, gib mir den! Boah! Boah, der war wichtig! Da muss noch irgendwo einer sein! Es waren zwei! Hatten mich... 10 HP! Der hittet mich jetzt durch die Wand! Ja, der mich auch! Das hab ich verarscht! Einer hat noch 10 HP! Pass auf, Zap! Mitte ist offen! Mh! Mh! Schön, Bram! Nice, Bram! Der letzte! Vier gegen Silverfag... Äh, Killer! Entschuldigung! 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 Ventes frei! Okay! Glaub der Peter hat sich Silverkiller genannt, oder? Mit Doppel-L? Silver... Ja, klar! Killer! Silverkiller! Nee, Silver! Oh! Nice, Jo! Der USP! Geil! Okay, komm jetzt gewinnen wir! Dann darf ich auch sonst ne Gewinnerfolge veröffentlichen! Boah, wär mega geil, Bram! Will wir n'HK haben! Mega geil! Du willst n'HK, oder? Ja! Bist du zum Scheiß? Oh! Ich bin kurz auf K... Oh! Ganz kurz! Oh! Flash! Ah! Einer ist... wieder gelieft! Zwei sind wieder gelieft! Die haben wohl den Black-Screen-Bug gehabt! Naja... Ich mut... Irgendwas hat mich durch die Wand erwischt! Ich bin low! Äh... Das war die Arme... Jawohl, Christian! Den haben wir hier! Ja, den hab ich getroffen! Ja, wohin? Ich hab den weggefrackt, als du da rüber gelaufen hast! Auf Ramm! Spannende Runde hier bei uns! Ich guck mal Mitte... Ja, das ist klar! Der hat um die Ecke... Die Pistole! Direkt close! Links! Komm! Zwei... Beide waren Mitte! Ahah! Beide waren Mitte! Da ist er! Und der andere auch! Komm! Ja! Jawohl! Nice, Jungs! Ich bin nicht letzter geworden sogar noch! Juhu! Nice! Easy! Wir waren voll gut im Team! Also alle ziemlich nah beieinander auch! Wir sind... Wir sind alle negativ! Bis auf da! Ja, okay! Die Karte ist egal! Guck mal! Eine Folge nur für euch, meine lieben Freunde! Könnt ihr mal ein Like da lassen! Für dieses geniale Gameplay, das wir sehen! Hast du... Wurde es aufgewertet, Bram? Auf zwei Sterne! Nee! Wurde ich nicht! Das wäre schon witzig, wenn Peter der einzige 1-Sterne-Lutscher wäre! Aber reicht mir auch für heute! Vielen Dank fürs Zuschauen! Haut rein! Tschüss! Tschüss! Tschüss!